Langsam erwacht der Frühling auf der Dolomitenbad-Baustelle. Es wird fleißig gewerkelt. Die ersten Teile der mehr als 90 Meter langen Rutsche sind geliefert worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es dauert mindestens noch zwei Wochen, bis aus der Summe aller Einzelteile das geplante Rutschvergnügen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017